Ich kann das auch wirklich super gut überhauen, ich kann das auch wirklich super gut überhauen. Eben, es kommt jetzt weiter mit der Kamera. Halt, 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 halt. Alles ist zu Feuer. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Moin, Max. Glückwunsch. Ja. Ja. Zwei von Trauma. Och, Digga, der snipe da, Alter. Wo? Das ist da vorne beim Bounty. Eintritt. Erst noch. Voll die Schill. Der Typ oben auf dem Dach ist noch nicht. Ich kann mit. Ich kann mit. Nee, du, du, du gehst halt bis alleine. Nö. Das ist weg. Junge, was wollt ihr mal? Getskill, Alter, Junge. Laber mir nicht voll. Ging-Numberg, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Und zwar geht es heute um die Koopa. Eine sehr, sehr, sehr geile Waffe. Für Mid-Range, Long-Range. Sowohl als auch für Close-Range. Also wirklich, ich finde, das ist so ein Mittelding von allem. Man kann sie spielen, wie man will. Long-Range, Mid-Range oder Close-Range. Wirklich sehr, sehr, sehr nice. Absoluter Laser. Und ich finde, das ist die Allrounder Waffe schlicht hin. Wie gesagt, Nahkampf oder Fernkampf. Sie ist einfach anwesend, diese Waffe. Mit dieser Waffe, das ist sehr, sehr geiler Sniper-Support, muss ich sagen. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, deckt halt die meisten Varianten des Games ab, so würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, macht euch einfach selbst ein Bild und viel Spaß mit den Highlights. Sicherheitszone verlegt. Nein! Oh mein Gott. Unter dir. Er wird von hinten gelasert, pass auf, da ist noch einer. Und der andere kann sich resen. Du bist eine fucking Maschine! Oh! Ich hoffe. Digga, die Bibi hat das alles so krank, Digga. Ich muss die auch verrufen. Ey, er fühlt sich mit Brand-Monik. Ja, auch krank. Seht ihr was? Ja, hier. Er ist runtergesprungen. Uh, Digga. Gut, super, super. Wo waren seine Gegner? Hast du ihn runtergeklingen gesehen? Ja, Digga, ich raffe es nicht. Das ist ein Wurfmesser. Ich dachte, das ist ein Wurfmesser. Hol mich. Hol mich. Hol mich. Oh, der Beste. Hier ist Loder. Ey, Jungs. Die landen immer wieder hier beim Haus. Die wollen nicht immer wieder ficken. Nico, hinter dir. Er brennt. He's on fire. Oh, boah. Oh, der Beste, Digga. Oh, der Beste, Digga. Oh, der Beste, Digga. Nein, nein, hier. Lecker, lecker. Bei mir irgendwo Gegner ist, Digga. Ja, der ist genau vor dir. Der muss mir gerade angezeigt. Der müsse genau vor dir sein. Ja, hat. Wie einfach gesnipend. Wie einfach gesnipend. Junge, was für Cunt! Ver-bisst dich! Abwart, Männer. Wir müssen erst mal die hier im Haus rauskommen. Komm mal zu mir bitte. Da ist einer. Ja. Echt, Ding. Ja, Problem ist bei uns im Haus auch welche, wenn wir zu dir kommen, da auch schon sind wir am Armin. Ja, Digga. Du bist schlecht. Ich spiele Shotgun und was weiß ich, Digga. Geh da. Ah, Shotgun, Digga, oh nein. Nein. Nein, man. Äh, Headquarters von Waffen und Lodi Gold. Und Prison Dach auch. Digga, wenn man sich hinlegt bei Asmin, kriegt man trotzdem Damage. Das ist schlecht. Oben knockt, oben knockt. Digga. Hab ich. Schön, sehr schön. Wieder einer gerätzt irgendwo? Ja, oben kommt. Oben, oben, oben. Entschuldig. Sehr schön, sehr schön. Da landet einer. Genau neben euch. Thank you. Alter, was geht denn hier schon wieder ab, Alter? Unter mir, unter mir. Unter mir, unter mir. Unter mir, unter mir. Ja. Oh mein Gott. Da hinten kommt noch einer. So meine Freunde in der Sonne. Kommen wir auch jetzt schon zum Klassen-Setup. Wie zocke ich die Koopa? Und zwar zocke ich die Koopa mit dem MX Schalldämpfer. Lauf zocke ich den ersten für die Präzision und für die Steuerbarkeit. Wie sie zocke ich den Schifferreflektor. Schaft zocke ich den Rakdol G45 Skelettschaft. Extra fester Griff. Extra zwei parat. Vollgeladen natürlich auch am Start, wenn ihr wollt. Griff zocke ich den Stoffgriff. Magazin, das 60 Schuss-Magazin. Munition verlängert. Natürlich aber auch Brand-Muni, wenn ihr so seid. Und dann Unterlauf den letzten. Und so zocke ich die Koopa. Natürlich knallt ihr noch eine schöne Tarnung drauf. Die ist eigentlich ganz nice. Und dann habt ihr eine schöne Klasse. Bis zum nächsten Mal.